Ja hallo, herzlich willkommen hier zurück, let's play Company of Heroes, Alien Assault mit Mielo und die Deutschen haben uns ja aus Dumont rausgetreten, nachdem die ersten beiden Missionen oder die ersten drei Missionen ja sehr gut aussahen waren die letzten beiden irgendwie ein bisschen crappy, das heißt der Kampf könnte sich hier entscheiden ich habe mich allerdings doch nochmal dazu entschieden hier anzugreifen, weil ich den Priest irgendwie doch haben will das Problem war ja eigentlich nur die letzte Welle, wo nochmal massiv Panzer und Truppen gekommen sind ich glaube irgendwie die Aufteilung Pucks auf der rechten Seite und normale Truppen auf der linken Seite das geht nur bedingt gut, außerdem waren die Mörser-Jungs irgendwie nicht so mega hilfreich ähm, genauso wie der, wie der, wie der, wie der, ähm, Heilwagen da sind glaube ich die Sturmgrenadierer, also hier die mit dem Flammenwerfer und die ganz normalen Jungs auf alle Fälle eine wesentlich bessere Investition äh, drei Pucks, das müsste eigentlich gehen, wenn wir die glaube ich ein bisschen besser beschützen würde ich jetzt zumindest mal behaupten das Video kennen wir ja schon oh, äh, genau, haben wir gut die Deutschen haben beim Vorstoß in das Gebiet ihren Treibstoff vergeudet ok, dann gut das sind die Jungs vom letzten Mal so halb warm ja so, eigentlich hier dieser Flammenwerfer und den Treibstoff dort sichern können sind die Deutschen Panzer nutzlos sind eigentlich so die besten an die Arbeit, Doc Ausgangspunkte dann setzen wir uns auf alle Fälle hier mal rein die Panzersperren waren eigentlich, glaube ich, auch ganz gut also gefühlt auf alle Fälle also keine Angriffe auf die Deutschen bleibt in Bewegung ähm, kann man hier mal vernünftig uns reinrichten oh, verdammt! Jemand soll uns hier rausholen! Fahrenbefehle! das wird nicht ablenkt! Flatt von mir! bestätigt! die Befehle gehen rein! noch ein Ruhnflammenwerfer nicht so viele Jungs verlieren das war gerade der Rest war relativ teuer dann das werden wir wahrscheinlich nicht kaputt kriegen die Kompanie starten hier irgendwie völlig runter... 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 schicken und das Freude hier auch nicht wäre das wäre, glaube ich, trotzdem auch ganz gut diese Jungs leisten Schwerstarbeit Angriffspioniere bereit zum Kampf das werden wir wahrscheinlich nicht kaputt kriegen so, wo sind denn jetzt hier? die Leute waren sehr gut pack, pack abrücken! wir wechseln die Position wir dringen abrücken! los geht's! die dann vielleicht hier hin liegt auch schon ein Toter jetzt sind wir mal die auch ein Stück hinterher die Pioniere natürlich hier die anderen den Etappentruck ist schon wichtig macht euch bereit wir stoßen in feindliches Territorium vor also haben wir die erste die sind auf alle Fälle wichtig Männer, haltet euch bereit packt zusammen! macht euch zum Abmarsch bereit verlasst euch auf eure Kampfverfahren und bleibt die Kanone zum Bewegen bereit und achtet auf meine Signale aufgepasst Jungs! macht euch fertig jetzt sind wir schon bereit mit dem Mörser? ja, ok würde ich sagen gucken wir doch mal was uns das hier bringt also die zweite ne die andere wir brauchen wir hier mit hin Sperrfeuer erfolgreich die eine oder andere die eine oder andere Panzerfaust wäre glaube ich auch nicht schlecht Achtung! auf die Beine Mädels! versammelt euch! wir rücken durch die deutschen Linien vor keine Karten auflösen! wir müssen weg! es geht los! so da ist dann auch wieder die die andere Pack ein Gewehrtrupp? naja wir werden hinterfeiern wir werden hinterfeiern in den Linien vor soo dann gucken wir doch mal mit den Leutnants da rein Zeitkontakt! Infanterien voller Schering bereit! Feuer auf die feindliche Infanterie! Feuer auf die feindliche Infanterie! grundsätzlich gut haut so dass es mir näher die müssen die müssen tatsächlich hier stehen also viel zu nah dran dem gegner auf die beine mädels eigentlich so richtig ja und ich den ganzen kram hier noch nicht ich bin ich sanatorium unter unserer kontrolle in ordnung macht euch bereit schnelle defensivlinie erstellen und gegen die defensivlinie erstellen ihr seid lustig so das ist ja schon mal ganz gut hier jetzt tatsächlich hier drüben auch noch panzersperren hinbauen ich nicht irgendwie euch gerade gesagt ihr solltet hier umfassperre bauen die halten an der tank muss leer sein macht sie beim aussteigen fertig jemand soll das ding anwerfen nehmt unseren treibstoff wenn nötig das ist gut haltet euch bereit das waren nur die speer die kommen mit verstärkung wieder den kraus geht wohl langsam der sprit aus sie lassen ihre fahrzeuge zurück wenn wir ihnen die reserven wegnehmen können wir sie mit ihren eigenen geländen schlagen um auf alles hätte noch so eins ohne treibstofflager sitzen sie auf dem trocknen abwart gute arbeit jungs jetzt bringt das ding zur linie so das war das erste fahrzeug so langsam kriege ich genug von ihnen voller stärke lasst euch nicht aufhalten macht mal ihr das ding fertig und ihr macht mal das ding fertig und ich nehme hier auch irgendwie noch so ein hier aufstellen die struktur ist fertig auf die beine melde ein schweres ich habe auch noch ein schweres mg so wo ihr legt euch mal irgendwie hier hin schnappt eure sachen und raus los verschwinden wir von hier ok das sind die türen der kunderschlecht und beschlecht wie man nach oben auf 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 Jetzt kommen wir mit dem Panzer noch nicht richtig ran, deswegen fahren wir doch mal nach Hause. Wollen wir da jetzt wahrscheinlich sogar noch einen Heckpanzertreffer kriegen, oder? Doch, haben wir noch einen Heckpanzertreffer. Hünfer sind bereit zur Unterstützung. Batterien und Trupps einsatzbereit. Mach das Gerät zum Transport bereit. Die Deutschen haben noch eine Kompanie im Kampfgebiet. Machen Sie sich bereit für wiederholten Beschuss. Sie werden versuchen Schwachpunkte in der Linie zu finden. Seien Sie bereit. Schwachpunkte in der Linie, ja, so kann man das natürlich auch nennen. Jetzt mal noch einen ganz normalen Trupp hier. Äh, hier macht man noch die Panzersperren hier bitte zu Ende. Schnell, bevor die Panzer hier eintreffen. Deutsche Einheiten versammeln sich am vorderen Kampfgebiet. Halten Sie die Linien in Bereitschaft. Bereitmachen! Ja, ich halte die Linien in Bereitschaft. Guck mal, wir nehmen die da auf alle Fälle noch mit. Also gut, ihr Pfeifen! Alles herhören! In unserem! Bewegt euch! Das im Grunde liegt das hier so gut. Das liegt ganz schön dolle weit hinten. Und das würde ich irgendwie... Ja... Dann... Die vorderen Truppen melden Feindkontakt entlang der Linien. Äh... Egal was passiert. Dann ein Patschhorn würde. Bestimmen Sie einen Feuerpunkt für diese Stellung. So, vielleicht dass das Stacheldraht ist... Wir wollen denn dann... ...so. Panzerminu... Was hat alles noch so viele Gimmicks drin sind? Ich glaube nämlich auch so ein bisschen ein Problem an der ganzen Geschichte ist irgendwie gewesen, dass wir so... ...verteilt gewesen sind. Äh, so eng aneinander. Wenn Sie gepanzerte Ziele haben, werden Panzerabwehr-Artillerie-Trupps Sie knacken! Die Beförderung in Wunderzeit! Feuer! Hergehört! Sie nähern sich über die Flanke! Macht euch bereit! Befehle! Wir wurden vorhin befördert! Befehle! Werden angegriffen! Bleibt keine Ziele! Sieht euch verbunden! Gottverdammt! Jemand soll uns hier raus holen! Bewegung! Geht die A-Sendung bereit! Steht! Männer! Macht euch bereit! Stehen unter Beschuss! Bereit! Bereit halten! Gute Arbeit! Neu gruppieren und auf Feindkontakt vorbereiten! Okay, so richtig gut war die Arbeit nicht. Wusste gar nicht, dass wir so früh von der Seite kommen. Macht uns! Stehen bereit! Die Augen auf mich! Bereit! Erteilt! Wir sind bereit zur Abfahrt! Ach, warum haben wir die jetzt nicht ausgeladen? Deutsche Einheiten versammeln sich am vorderen Kampfgebiet! Halten Sie die Linien in Bereitschaft! Bereit machen! In Ordnung! Bewegt euch! So, machen wir jetzt einen besseren Schusswinkel. Ja, zu Kameraden! Ein bisschen, nicht viel, aber... Ach, die haben ja auch schon wieder ihren Punkt nicht gebaut. Stell die Position hier auf! Lasst euch nicht ablenken! Bleibt in Bewegung! Fall zurück! Im Laufschritt! Ich will hier ein bisschen verteilen, weil ich würde es tatsächlich sogar nochmal zurückziehen! Weil ich weiß, es ist sogar eine gute Idee, auch ein paar Umgebäude zu tun! Vielleicht nicht unbedingt die mit den Flammenwerfern, aber... So, warte mal, wenn ihr aussteckt, könnt ihr den reparieren? Nee! Da bräuchte man Fahrer für, ne? Bring uns hier weg! Los! Hm, gut! Fahrer, bring uns nach vorn! Wir sind bereit! Bereit! Erteilt den Befehl! Männer, haltet euch bereit! Ich höre mich wieder bei voller Stärke! Wir sind bereit zum Einsatz! Irgendwie so... Wir kommen jetzt überhaupt noch raus! Feindliche Infanterie wurde bei Vorbereitungen zum Vormarsch beobachtet! Machen Sie Ihre Frontlinie bereit! Los! Verschwinden wir von hier! Fahrer, bring uns hier weg! Los! Verschwinden wir von hier! Mal, glaube ich, überhaupt gar nicht mehr raus, oder? Okay... Okay... Also... Gegenruf kommt... Diesmal von da... Fahrer, bring uns nach vorn! Klar zum Angriff! Kontakt! Die Flakiertenfahrzeug! Schwenkt die Gewehre! Und gut, dass der Gegner von der anderen Seite kommen sollte! Wir fehlen Teil der Beförderung! Los jetzt! Sie versuchen uns zu blockieren! Feuer! Feindlicher Panzer! Schieß los! Stellungswechsel! Feindlicher Panzer! Die Panzer! Wir sind hier! Oh, oh, oh... Stehen unter Flanken! Feuer! Feinde überrennen eine unserer Stellung! Okay, von hier auch, ne? Schickt die Feuerwehr voran! Wir haben Befehle! Verschwindet von da! Beweigung! Macht euch bereit! Und schneller, vor allen Dingen... die Richtung wechseln, glaube ich... Haltet euch bereit! Bewegung! Geht zur Bewegung! Feuer! 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 Macht euch bereit! Eine unserer Stellungen steht unter Beschuss! Die Waffe ist nicht ganz schön... ganz schön ab hier! Hm... Was hatte ich befürchtet? Dass der Feind so schnell nicht nachgibt... Und... Immer die Leer... Ja, so weit zurück... Ihr auch... Jetzt... Alle zurück... Und ihr könnt auf alle Fälle mal zurück... Wir haben uns in Bewegung! Fahrer! Bring uns nach vorn! Einzige Vorteil ist, dass die... Fahrzeuge so lange zum Wenden brauchen... Sicher die Munition, damit wir hier verschwinden können! Fahrer! Bring uns hier weg! Los! Aufgepasst! Haltet an! Seid bereit! Macht euch bereit! Macht euch bereit! Macht euch bereit! Packt zusammen! Wir gehen los! Ich hab die Kanone! Nimm das 3-Ball auf! In Ordnung! Bewegt euch! Es heißt, dass jeder, der aus dem Krieg... Besatzung bereit! Männer, haltet euch bereit! Männer, haltet euch bereit! Nimm ich gleich... Hört! Bewegt euch! Es geht los! Laut eingehenden Kontaktberichten nähert sich eine feindliche mechanisierte Einheit! Machen Sie sich für einen dritten Angriff bereit! Auf die Beine Mädels! Pass auf Jungs! Macht euch fertig! Ach, wir sind vollständig! Wir gehen los! Ihr bleibt da stehen! Die anderen Beinen sind auf dem Weg zurück, hoff' ich! Mach's ab! Auf geht's! Auf geht's! Okay, bis der, der da tot hat, glaube ich, in China ein Sack... Zwei-Sack-Reißer ungefähr... Guck mal, ihr nehmt euch mal... Munition von 60... Ah, zu wenig! Erwart'n Befehle! Los, verschwinden wir von hier! Feindliche Infanterie! Gebt ihn in sauren! Bring' uns hier raus! Bring' uns hier raus! Einfach so zu fahren, weil... Fahr! Fahr! Und dann schon wieder zum Weihlalter... Fadebeförderung! Erteilt den Befehler! Fadebefehl! Fadebefehl! Frontpositionen! Stellung wahren und durchhalten! Hier ist es... Schwing'n ist versammt nochmal! Bewegung! Alle Crowds sind tot! Ich werfe zurück! Das hat sie erledigt! Befehle! Gau mal, ich bin... Gau mal! 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 Kommt! Daher! Guck'n ist es... Kommt! Du bist nicht stieg! Ist das Ihr Elf des Prinzenes? Jungs! Wir wollen so hier! Gau mal! Passt auf ihr Lahmherrsche! Wir ziehen uns zurück! Eines ihrer Fahrzeuge hat angehalten! Ich glaube es hat keinen Treibstoff! Macht weiter so Jungs! Dann würde ich sagen, ich bin mal tatsächlich hier. Dann nimmt euch einfach den Führer-MG und den Panzer. Bei Schaden tut das auf all für nichts hier. Dann nehme ich noch einen STG-3. Okay, ihr Jungs seid irgendwie... Irgendwie unkürt. So, die MGs sitzen einigermaßen gut. Dann müssen wir aber noch... Ach, die sitzen im Gebäude. Leider, ja, das ist so gut. Erworten Befehle. Losfahren. In Ordnung. Ruhig bleiben. Auf geht's. Eine Panzerkompanie nähert sich. Konsolidieren Sie Ihre Panzerabwehr. Sie dürfen die Linien... Und ja, wie muss man wüsste immer von wo, ey. Verschont das Getriebe diesmal. Feuer frei! Bring uns hier weg! Raus hier! Raus hier! Wenn ihr hier aussteigt und von Tumlaufer habt, könnt ihr den Ansturm hier einheizen? Alles klar. Na los! Boah, sind gerade noch so wieder reingekommen. Drück auf die Tumbe! Rauskanone! Feinde überrennen eine unserer Stellungen. Bereit! Untertreffer auf Zielreich! Vorwärts! Verschließt von unserer Schlange aus! Raus hier los! Gegenfeuer! Kontakt! Und freut sich hin! Wir haben eine Feldbeförderung erhalten! Heilige Scheiße! Reiter! Die Reihung! Die Reihung! Die Befeuerung! Die Befeuerung! Neu formieren! Geht in Deckung, Jungs! Position! Wir haben ein unteres Reihung mit dir! Bereit machen! Entworte nie angreifen! Verschwindet von da! Er hat angesetzt! Sie versuchen uns zu schützen! Schmerzen euch bereit! Kontakt! Enteuer! 42! Eines ihrer Fahrzeuge hat angehalten! Ich glaube, es hat keinen Treibstoff! Wir stehen unter der Schuss mit dem Ansturm! All the Krauts sind tot! Einsatzbereit! Feuer! Zeigt sie ihnen! Zeigt Beförderung! Die Reihung! Die Reihung! Bereit machen Männer! Bewegt euch! Eine unserer Stellungen steht unter Beschuss! Schmerzen! Befeuerung! Feuer! Die Befehle! Die Geschützbedienung! Die Geschützbedienung! Scheißdreck! Die Deutschen haben zu viele Männer von Company Dog getötet! Wir müssen ab jetzt vorsichtiger sein! Eines ihrer Fahrzeuge hat angehalten! Ich glaube, es hat keinen Treibstoff! Vorsichtig! Hallo? Hallo? Wir haben eine Geschützbedienung verloren! Ach! Ich kenne auch noch ein Panzerscheiße! Feinde überrennen eine unserer Stellungen! Also gut, Mädels! An die Arbeit! Die Befehle kommen rein! Panzer! Die Sache ist zu heiß! Zurückziehen! Die Kontakte abbrechen! Abbrechen! Bereit! Pfeil zurück! Besatzung bereit! So, die gehen wieder nach vorne! Panzer bereit! Also gut, ihr Pfeil! Kommt in die Gänge, Jungs! Macht euch bereit! Okay! So muss man mit denen umgehen! Weiter so! Magazin wechseln! Oh, die Panzer macht so fertig! Oh! So muss man mit denen umgehen! Oh, die Panzer macht so fertig! In Deutschland bleibt nur ein Treibstofflager! Sehen sie zu, dass sie das Gebiet einnehmen! Einsatzbereit! Stellungswechsel! Pack zusammen! Pack zusammen! Macht euch zum Abmarsch bereit! So, ihr hier wieder rein! Beides ihrer Fahrzeuge hat angehalten! Ich glaube, es hat keinen Treibstoff! Macht alle! Fast geschafft! Richtet die Abwehr ein! Hier übernimmt den! Hier übernimmt den! Hier übernimmt den! Hier übernimmt das Ding! Aufmerksamkeit! houses! Und... Ihr, ihr, ihr! Einheiten in ihrem Gebiet haben einen Panzer lahm gelegt! Finden und zerstören sie ihn! Ehe die Deutschen hier für einen.. Nee, 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 nee! Neben Panzer! Das müssen wir mal! Äh... Er wird man auch mal zurück! Und dann übernehmt ihr den Panzer und dann haben wir tatsächlich etliche Panzer sogar tatsächlich. Das ist zwar immer noch nicht super, aber ist auch nicht schlecht, sag ich mal. Ihr nehmt mal das MG hier noch. Okay, ne gut, dann mach ich jetzt hier erstmal Pause. Wir sind auch schon leicht drüber wieder, aber da kommt ja noch ein Angriff, mindestens einer. Aber, ja gut, okay. Na, der Unterschied diesmal, ich hab noch ein bisschen was an Pax, ich hab kaum Leute noch. Na gut, das ist natürlich ärgerlich. Aber drei Panzer, vier Panzer gleich sogar. Vielleicht geht ja damit irgendwas. Schönen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.